Also hier in Südfrankreich, in Rennes-les-Bains, ist die 5000 Jahre alte Teufel, Teufelsstuhl. Man nennt sie auch der Stuhl der Isis, natürlich als Seton, der Gott der Unterwelt. Isis sagt, wenn du dein Mann Osiris tötet, dann kannst du dein Kind, also Horus, erziehen, wie du willst und du wirst die Königin der Welten sein. Darum ist es beide Teufelsstuhl oder Isisstuhl, sie nennen es beide. Und naja, hier macht natürlich alles klar, das Schweizer Kreuz und Oktogon. Immer haben die Schweizer ihre Finger drin. Der Stuhl der Isis, so wie im Wald. Überall. Was ist das? Das ist ein real funny Haus hier. Real funny Haus, right?